Untertitelung im Auftrag des ZDF Das kapiere ich nicht. Warum sollte sich jemand eine Platte von zehn buckligen Fischern kaufen? Wenn wir zustimmen und Sie werden unser Manager, müssen Sie versprechen, dass Sie uns nicht verarschen. Sie haben mein Wort. Ich habe alle zehn davon überzeugt, den Vertrag zu unterschreiben. Das war ein Scherz, man. Die haben darauf mein Wort. Können Sie uns nicht einen Vertrag über ein Album geben?